Artikel 29. Wir alle tragen Verantwortung gegenüber anderen. Also jeder hat Pflichten gegenüber anderen und der Gesellschaft. Wir wollen oder wir sollen die Rechte und Freiheiten anderer schützen. Unsere eigenen Rechte und Freiheiten können nur dann beschränkt werden, wenn sie die Rechte und Freiheiten anderer verletzen. Das ist ein sehr wichtiger Artikel. Nicht nur der Staat muss uns schützen, sondern auch wir stehen in der Verantwortung. Wenn du zufällig zu einer Schlägerei kommst, darfst du nicht einfach wegschauen oder weitergehen und hoffen, dass irgendwann jemand die Polizei ruft, sondern selber die Polizei ruft. Damit hast du die erste Hilfestellung gemacht, dass du die Polizei gerufen hast. Du hast sie informiert, jetzt müsste die Polizei noch kommen und diesen Streit schlichten. Also du bist nicht in der Verantwortung, diese Schlägerei zu lösen. Du bist nur in der Verantwortung, dein Handy zu nehmen und die Polizei anzurufen, wenn du kein Handy dabei hast. Jemanden zu fragen, der dein Handy dabei hat, dass der die Polizei ruft. Das ist deine Verpflichtung. Das war der Artikel 29.